Liebe Jana, liebe Melin, 24 Stunden, 1 neue Song, 1 Album, Cover, Artwork. Welche Challenge ist es, in den nächsten 24 Stunden einen von den Songs auf Go4it umzuschreiben, zu rekorden und ein Cover-Artwork dazu zu gestalten? Und ich schlafe dafür mit Latestu. Go4it! Wir sind jetzt gerade im Studio angekommen. Wir haben uns entschieden, dass wir UMI umschreiben zu Go4it. Und jetzt sind wir ein bisschen im Lyrics auszusuchen. Und ja, wir schauen bis jetzt. Wir sind gerade am Facetimen mit Yannick Monteiro. Und wir hoffen, dass wir heute Abend, etwa am 12 Uhr, das Fotoshooting mit ihm machen für unser ArtCover. Wir haben jetzt gerade unsere Vocals recorded. Und wir machen jetzt einen Break. Und es regnet gerade mega fest. Wir haben jetzt eine kurze Pause gemacht. Und jetzt geht's los. Wir gehen shoppen für unser Artwork Cover. To the death of me. Das macht dich dein seus H resetting. Das macht mich azureiędzy. Wir haben jetzt fast alle Vocal-Recordings im Kasten, sind jetzt noch die letzten Bearbeitungen dran und heute in einer Stunde gehen wir dann auf Zürich, essen etwas in der Nacht und ja, nachher kümmern wir uns dann um das Artwork. Janik ist jetzt zu uns zugestossen, er ist heute unser Fotograf für das Artwork und wir gehen jetzt eine gute Location zusammen besuchen. Ja, ich habe schon die letzte 24-House-Challenge überwunden und jetzt bin ich bereit für die, die ich weiter gesagt habe zu machen. So und das Artwork-Shooting ist dann, es ist 3 Uhr am Morgen. Ich werde die Mädels jetzt verlassen, aber es ist super zu sehen. Wir sind jetzt gerade im Kamm wieder angekommen, es ist 4 Uhr und ähm, ja, wir trinken jetzt das Latesso, damit wir vielleicht ein bisschen wecker werden, damit wir unsere Vocal-Recordings nachher noch finalisieren können. Yes! Cheers! Langsam sind wir ein bisschen müde, so den ganzen Tag. Ja, wir werden jetzt dann noch den letzten Finnschlefen machen. Hey! Hey! It's a wrap! Wir haben jetzt halbe 8 Uhr am Morgen, der Song ist im Kasten und unser Artwork ist auch bearbeitet. Wir haben also unsere Challenge damit bestanden. Wir können jetzt auf Spotify unsere Song go for it go all losen und gucken, was wir morgen leischtet haben. Dann wird's gut! Wir können jetzt weg und Emmanuel aufschrauben, bis zum nächsten Mal, der Song ist ein wenig. Just go for it.